Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der 12. Folge Krimi im Kreuzfeuer oder sollte ich heute eher sagen Krimi im Zwiespalt, denn wie man unschwer erkennen kann, ist urlaubsbedingt die Besetzung etwas geschrumpft, so dass es heute nur mein Kollegen Jochen König und ich sind, die uns den Krimi vornehmen werden. Das Buch, was wir heute besprechen heißt Nichts wird dir bleiben von Christian Kraus. Es ist sein Debütroman, aber der erste Psychothriller. Ist egal. Das Buch heißt wie gesagt Nichts wird dir bleiben von Christian Kraus. Es geht dort drin um einen Psychiater, der auf tragische Weise eine Patientin verliert und als er dann, wie er später feststellen muss, ist das aber erst der Anfang einer ganzen Reihe von Schrecken gewesen. Die Polizei verdächtigt ihn plötzlich, was an diesem Tod zu tun zu haben, dass er seine Patientin vorher missbraucht hat. Seine Frau wendet sich von ihm ab, seine Tochter wendet sich von ihm ab, seine ganze Praxis wird verwüstet und in dem Kampf herauszufinden, wer dahinter steckt, was da los ist, stößt er auf eine Sekte und muss dann auch noch zu dem Schrecken feststellen, dass seine Tochter sich offensichtlich mit einem dieser Mitglieder der Sekte einlässt und ihm wirklich endgültig zu entgleiten droht. Das Buch fängt mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Prolog an, wo man sich schon die Frage stellt, wie das wohl zusammenhängt. Allerdings habe ich am Ende des Buches festgestellt, dass meine Gedanken bezüglich, wie das wohl zusammenhängt, tatsächlich extrem akkurat waren, sozusagen schon auf den ersten Seiten des Buches. Wie hast du das empfunden? Hast du da auch schon geahnt, wie es weitergeht? Ich glaube, dieses Buch ist von Anfang bis Ende durchsichtig und es läuft ab wie vom Reißbrett. Und das ist genau das, was einerseits gut ist. Der Mann hat ein gewisses handwerkliches Geschick, aber die Handlung ist schlicht, besteht aus Versatzstücken, die er mal mehr, mal besser, weniger gut zusammengestückelt hat. Und da ist viel Geschwätzigkeit dabei, da ist vieles, was nicht zusammenpasst. Es gibt Episoden, die negative Hauptfigur landet irgendwann mal auf Cormera in einer Sekte. Das alleine hätte, was ihm da widerfährt, hätte für mich für ein Buch gereicht und zwar für ein besseres Buch als das, was es jetzt ist. Also insofern, das ist, wie gesagt, für mich ein Buch vom Reißbretter, wo man wirklich nach der ersten Zeile schon weiß, was bis zum Ende passieren wird. Einen Todesfall fand ich etwas überraschend, da hätte ich nicht so mitgerechnet, aber das war es dann auch schon mit den überraschenden Momenten. Ich fand, also ja, wie gesagt, so den groben Plot war mir auch nach dem Prolog klar, hat sich ja dann auch im Endeffekt bestätigt. Andererseits fand ich es doch immer ganz nette Dinge eingebaut, mit denen ich nicht so gerechnet hätte. Wie du schon gesagt hast, der Aufenthalt auf La Gomera, den ich auch extrem interessant und spannend fand und auch die Figur des Privatdetektives, der unserem Protagonisten dann hilft, hat auch einige, den fand ich gut gezeichnet, einen interessanten Charakter einfach und auch so ein bisschen seine Nebenhandlung eigentlich ganz witzig in dem Falle tatsächlich gestaltet. Ich fand das teilweise humorvoll. Das fand ich auch, das war somit der beste Moment. Es gibt zwei richtig gute Momente in dem Buch. Einen hat der Autover, glaube ich, nicht mal selbst geblickt. Der andere ist eben der mit dem Detektiv und dem Psychotherapeuten, die eine Übereinkunft treffen. Der Detektiv arbeitet für den Psychotherapeuten, dessen Leben kaputt gemacht werden soll, wenn er seine Erektionsstörungen beseitigen hilft. Der lässt sich dann irgendwann ein, weil ihm die Freunde schwimmen gehen und das ist auch so ein Schwachpunkt. Die Freunde gehen ihm, Freunde, Frau, Familie gehen ihm schnell verloren. Er wird halt angeklagt, die Patientin missbraucht zu haben. Dann hat er angeblich Kinderpornografie auf seinem Rechner. Das ist alles sehr windig und auch von der Polizei relativ schnell widerlegt, dass das nicht stimmt. Also dieses, worauf dieses Buch zuerst hinausläuft, das Leben eines Menschen wird kaputt gemacht. Das geht alles am Anfang knallauf Fall und wendet sich dann wirklich zu so einer krawalligen Psychosekten-Geschichte. Das hat er auch mit dem Stalking und diesem, wir machen dein Leben kaputt, auch die Beweggründe dahinter. Es ist sehr merkwürdig, weil es gibt diese kleine Welttheorie, dass jeder Mensch mit jedem anderen Mensch dieser Erde über fünf Personen verbunden ist. In dem Buch sind alle miteinander verwandt irgendwie. Aber alle sind nicht miteinander verwandt. Aber fast. Also das ist ja kein Incessbuch. Zumindest denken sie es. Die tauchen jedenfalls an allen möglichen Stellen auf. Und die zweite gute Stelle, die ich in dem Buch finde, und wie gesagt, das hat der Autor überhaupt nicht gemerkt. Also achtens, es gibt eine Figur, die ist an Dr. Fu Manchu angelehnt, die heißt Dr. Hu. Und Dr. Hu arbeitet für die Triaten, finde ich, ist ein guter Gag. Aber ich glaube, der ist dem Autoren entgangen, weil er macht einen Witz über Hu. Also Hu wird geschrieben, H-U und mit dem englischen Wehr. Und der hat überhaupt nicht geblickt, welche intertextuelle Variante er da gebracht hat. Sondern... Vielleicht ist das jemand, an dem das vorbeigegangen ist. Es macht so den Eindruck, ja. Sollte es ja geben. Ich fand das übrigens, also, dass sich die gut Freunde von ihm abwenden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Freunde dieser arme Psychiater hatte. Er hat aber eine Familie zumindest und die Tochter steht ganz gut mit ihm. Genau, das ist das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, dass die Tochter sich so schnell abwendet und das alles glaubt. Ich meine, die Frau, da war ja offenbar schon, das hat man glauben können. Die Ehe war ja offenbar nicht mehr glücklich und wahrscheinlich war das tatsächlich nur ein willkommener Anlass. Aber es gibt, wie gesagt, und dann helfen ihm ausgerechnet Fremde aus dieser Bredouille rauszukommen. Gut, kann man so machen. Wie gesagt, dieses Buch hat eine gewisse Oberflächenspannung. Allein schon eben, ob das passiert, was man erwartet und genau das tut's. Am Ende wird's, finde ich, unerträglich geschwätzig. Und ich habe gedacht, nur gut, das ist ein Psychotherapeuten-Buch. Hoffentlich retet der Psychologe den Bösewicht tot, aber das macht er auch nicht. So gut sind selbst die schlechtesten Psychiater nicht, dass ich so richtig gut finde. Und jetzt hatte ich am Vorfeld schon gesagt, dieses Buch hat an einer Stelle bei mir einen Trauma ausgelöst. Genau, das hätte ich dich jetzt auch gefragt, was das für ein Trauma sein soll. Sprachlich erinnert der Mann mich unheimlich an alte Heinz-G-Konzalik-Bücher, so von wegen verklemmter Altmänner-Sex. Dazwischen kommen immer wieder Vergleiche, die die Haare sträuben lassen. Und einer, der hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, da beschreibt er tatsächlich die Brüste einer Frau als Apfelsinen groß, außen, weich wie Seite, innen hart wie Tennisbälle. Ich kann jetzt keinen Tennisball und keine Brust mehr sehen, um an dieses Buch zu denken. Insofern hat der Mann sein Ziel voll erreicht. Aber das geht gar nicht. Genauso, sein Lieblingswort ist Ziegenscheiß. Ich war auch froh, als es dann in der Mitte, das letzte Drittel zum letzten Mal kam. Das bringt er unheimlich auf. Also es ist sprachlich auch hart auf der Kippe zum sehr Absurden. Ja, also ein sprachlicher Überflieger ist er nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist er tatsächlich wirklich nicht. Also vom Aufbau her, wie du ja schon sagtest, ist es streckenweise ganz gut gemacht oder für mich sogar über den überwiegenden Teil. Ich muss sagen, da habe ich schon deutlich schlechtere Bücher gelesen. Auch was die Dialoge angeht, habe ich davor noch eins gelesen, dass Belanglosigkeit nicht zu übertreffen war. Da war auch das schon tatsächlich eine Wohltat. Und ja, wie fandest du dann zu dem Schluss das Finale? Glaubhaft, nicht glaubhaft? Glaubhaft finde ich an dem Buch eh nicht viel. Also es ist wirklich, es ist ein Spiel mit kulturellen Verweisen. Und es ist, na gut, wir wollen nicht spoilern. Es ist einfach ein Action-Finale. Aber es ist schon auch da, Stephen King spielt ja eine Rolle, weil mitten in Frankfurt steht ein Haus. Das heißt, der schwarze Turm, glaube ich. Das ist natürlich meines Erachtens eine Anspielung auf Stephen Kings dunklen Turm. Aber das ist auch inhaltlich das Einzige. Und sowas zieht sich ganz durchs Buch. Und dass damit zum Schluss irgendwas passiert, ist eigentlich auch relativ klar. Und das Finale war halt Hollywood-Style, Blockbuster-Style. Ja, das war es tatsächlich. Das war Hollywood- und Blockbuster-Style. Für die Ärztin auch noch ein bisschen was zum Schmunzeln dabei mit den medizinischen Dingen. Gut, es gibt noch einen Epilog. Den fand ich tatsächlich ganz gelungen, obwohl auch der sich schon andeutete. Ja, das wäre sonst ansetzend. Ansonsten wäre es wirklich, also es wäre glaube ich nicht befriedigend gewesen, wenn es diesen Epilog nicht gegeben hätte. Für viele Leser. Ja, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hätte es mir sogar anders besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das kann ja jeder selber entscheiden, wenn er dieses Buch denn nun lesen möchte. Also ich fand, psychologisch war da schon einiges ganz interessant. Auch die Figur des Sektenführers in großen Teilen. Ebenso wie die, ja relativ glaubhaft, wie schnell ein Leben doch in die Brüche gehen kann, fand ich zumindest. Handwerklich über weite Teile ebenfalls gut gemacht. Manchmal ein bisschen langatmig, aber dann wieder mit extrem guten Ideen drinnen. Ich gebe 70 Grad. Tja, mir war es zu viel auf der einen Seite und zu wenig von allem anderen. Wenn ihr Bücher lesen wollt mit Menschen, die ein Leben kaputt gemacht werden und die aber selbst dafür verantwortlich sind, da braucht es nämlich nicht unbedingt so ein Psychoguro, würde ich immer wieder Patricia Heismitz empfehlen. Wesentlich bessere Leseempfehlungen. Wie gesagt, handwerklich ist es okay, es hat eine gewisse oberflächliche Spannung. Man kann dieses Ding relativ schnell durchlesen, hat es dann aber auch gleich so schnell wieder vergessen. Ich sage mal 60 Grad, sehr freundlich, wie immer. Ja, dann verabschieden wir uns freundlich in die Urlaubszeit.